So, die Frage ist nun, was wir als nächstes machen. Ich glaube, hier drin waren wir noch nicht. Schauen wir uns vielleicht da mal ein bisschen um. Ja, das schaut ekelhaft aus schon mal. Vor dem habe ich Angst. Welcome Leon. Ah, das war eine schöne Begrüßung. Da freue ich mich aber. Back to Verwaltung, wieso? Objekte wegwerfen, ja, das habe ich schon mitbekommen. Stimmt, das Ventil, wo kommt denn das ran? Ich glaube, wir haben so eine Tür gehabt, die man nur so öffnen kann anscheinend. Leon S. Kennedy, Sie bekommen als erster Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag öffnet Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialien. Ja, gutes Deutsch. Unsere Vornamen. Geben Sie Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtisch. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzubringen. Aber das haben Sie ja schon alles selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon S. kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Gott eine direkte Antwort herauszuholen. Ich glaube, den Namen brauche ich mir jetzt nicht mehr so merken. In einer Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Oh shit, wer hat denn das geschrieben? Okay. By the way, ich habe etwas herausgefunden. Und zwar... Ist das jetzt weg? Die Frage ist, wo ist das jetzt? Zeig mir nicht, dass ich das weggeworfen habe. Irgendwo muss es ja sein. Da, 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 da. Weil irgendwo... Stadtbroschüre... Dann und Sitzbuch des Polizisten da. Da habe ich gesehen im Schnitt. Beziehungsweise im fertigen Video eines der folgenden Parts. Da sind ja diese Zeichen dran. Von diesen Statuen. Ja, blöd, dass ich das jetzt erst merke. Weil wir sind im Prinzip an der einen oder anderen Statue schon vorbei. Aber ich wäre das jetzt wohl nachholen müssen. So, keine Ahnung. Dieser Code hier. Zweimal so ein Code gebraucht. Der schläft tief und fest. Doch nicht. Stimmt, ich habe keine Munition. Cool. Was mache ich jetzt? Schießpulver-Nutzung. Zweimal Schießpulver, Schießpulver... Ich brauche aber andere Waffen. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver-Klug ein, dass Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigten Munition erhalten. Ich brauche erst mal irgendwas. Da drin ist auch noch jemand. Was ist das hier? Einsatzbericht. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Schammützel. Haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel, aber dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist. Aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Ja, und ich gehe mal wieder raus. Weil ohne Munition ist das ein bisschen blöd. So, die haben wir hier. Die eine. Da muss ich schauen, wie ich da wieder hinkomme. Da. Ist die hier, oder? Da haben wir einmal die Frau, einen Bogen und Schlange. Nee, hier sind Quatsch. Hier sind Medaillons einzufügen. Stimmt. Sehe ich hier irgendwo, wo die Statuen sind. Das wäre sehr, sehr cool. Was haben wir hier? Schreibmaschine. Die Gältinnen-Statue ist hier. Dunkelkammerbecken. Schließfachterminal. Genau. Da müssen wir auch noch diese... Diese Knöpfe finden. Das ist hier. Blendgranate. Echt? Aber in Rot waren wir noch nicht, ne? Wird durchsucht. Komplett durchsucht. Achso. Wir haben Rot noch nicht zu 100% durchsucht. Okay. Ich werde aber mein Bestes geben, um das zu machen. So, ich muss die Statuen dazu holen. Kaiser-Statue. Hier im Kunstraum im Obergeschoss. Wenn ich da durchs Wartezimmer reinkomme, sollte ich relativ schnell drum sagen. Wie schaut es mit meiner Gesundheit aus? Warnung. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ah, das ist... Dreimal Gras will ich nicht verwenden. Uh, hier ist eine Löwenstatue. Habe ich das nicht gesehen? Nicht blöd? Löwenstatue. Ich bin auch so... So Brain-AfK. Okay. Falsch. Das ist der Löwe, ne? Also... Löwe, Blume, Adler. Löwe, Blume, Adler. Bestätigen. Yes. Und was kommt raus? Löwemedallion. Achso. Ja, geil. Brechen wir mal ab. Dann nehme ich halt dieses Gras. Damit ich irgendwie Platz habe. Dann nehme ich dieses Medallion und setze es gleich unten ein. Okay. Dann habe ich wieder einen feinen Slot. Weil sonst muss ich für das andere Medallion wieder... ...was anderes wegwerfen. Und das ist ja dumm. Okay. Und wir kriegen sogar schon mal was. Ne. Da unten. Achso. Ist das... ...der Fluchtweg durch die Kanalisation? Von dem wir gelesen haben. Scheint so zu sein. Ich hoffe jetzt, dass ich hier noch irgendwo Munition bekomme. Aber wahrscheinlich nicht so zu sein. Nicht einmal... Nicht einmal ein Messer. So, ich weiß, wir sollten ins Obergeschoss gehen. Da drüben ist auf jeden Fall ein Zombie. Das Büro teilweise durch... ...zu... Ich glaube, es macht keinen Sinn, da jetzt durchzugehen. Ich glaube, ich nicht, oder? Was sagst du da drüben? Es sind sogar noch mehr. Nee, nee. Gehen wir rauf. Das mit der Munition... ...ist jetzt schon ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ich habe auch die Hälfte verschossen, ne? Ist ja voll blöd. Warte, darf ich jetzt überhaupt... ...ne, Schießpulver habe ich nicht mitgenommen. Wo lagen das noch schnell? In diesen einen Raum, ne? Ja, ja, ja. So, haben wir hier irgendwas noch? Genau, der Tresor. Puh, dann muss ich mir eigentlich die ganzen Dokumente anschauen. Ah, da steht es nochmal. Der goldene Start hat drei Millionen rein. Okay. Ansonsten kann da irgendwo auch... ...nen Code umstehen. Aber... ...c4 zünden. Das war bei dieser Wand unten. Nee, also... Ich glaube, das müssen wir schon speziell irgendwo finden. Da drüben war das, ne? Ich glaube, da kann ich jetzt dieses Ventil anbringen. Hoffen wir mal. Nein! Geht nicht. Was heißt eigentlich dieser rote Pfeil da? Oder Haken? Heißt das, dass ich alle Türen geöffnet habe? Was man mit dem Schlüssel öffnen kann? Habe ich da eine Legende? Ich möchte das gerne wissen. Weil wenn ja, kann ich es eigentlich wegschmeißen, oder? Das wäre schon cool zu wissen. Dann eben nicht Kunstraum. Da ist dieser Arm drinnen. Achso, okay. Ja, was macht denn der jetzt noch schnell? Wir haben den Arm da rangemacht. Aber es passiert einfach nichts. Ich weiß nicht. Ist es so gewollt? Was wollen hier? Was steht denn hier eigentlich so? Kaiserstatue. Linker Statuenarm. Brauchen wir... Hier kann ich ja nichts einstellen, ne? Notizbuch. Eine Kaiserstatue haben wir nicht, ne? Das ist hier glaube ich nicht so. Eine Pferdestatue habe ich gleich noch gar nicht gesehen. Ja, also dieser Raum ist momentan der komischste. Vielleicht will der was zeigen. Da oben ist eine Lampe, aber... Vielleicht will der uns irgendwas zeigen mit dem Arm. Ich habe absolut keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer, Leute. Junge, ich habe keine Munition. Lauf vorbei. Ah, da hinten kommt noch einer. Jetzt werde ich sterben. Ja. Was soll ich denn machen? Das muss doch vorbei. Da ist Feuer, also noch vom Hubschrauber. Okay, inzwischen brennt er ein bisschen mehr. Kann ich irgendwas nehmen? Ne. Da draußen habe ich aber auch noch nicht alles durchsucht, ne? Ich nehme das da mal. Und mache da an. Ne, da durch möchte ich euch auch nicht. Da ist Munition! Oh Gott sei Dank. Na ja, jetzt muss ich das Brett wegwerfen. Kann ich das Brett hier nicht verwenden? Obf jetzt nicht. Ah, dass ich diese Munition hier... ...ersehen habe. War ja auch leichter Stressfaktor. Zu dem Zeitpunkt. Jetzt muss ich schauen, wo bin ich denn jetzt genau. Okay, diesen Raum... ...fast gar nicht untersucht. Eine Blendgranate. Die hole ich mir jetzt. Diesen Raum... Ah, jetzt bin ich tot. Gefahr. Ah, jetzt werde ich sterben. Das erste Mal hier sterben. Zu überraschen. Von wo kam denn jetzt dieser Schrei? Ach komm. Gerade da, wo ich halt reingehen wollte... ...habe ich jetzt ein Save-Room, ne? Sprich, der kommt dann normalerweise nicht hin. Ich weiß nicht. Wir speichern nochmal. Da ist auch nichts drinnen. Medikit wäre halt schon... ...sehr, sehr cool. Ich habe dieses Gras, das hat es komplett verbraucht, ne? Ich wollte das auch nie kombinieren, ne? Ach. Jetzt ziele ich mal richtig. Der hat nochmal ein Messer drinstecken. Kann ich das nicht einfach nochmal nehmen? Jetzt schon, wenn der die Hälfte von meiner Munition verbraucht. Kommt Munition oder Gras... ...oder irgendeine Erste-Hilfe-Spray. Oh, da ist die Band-Granate. Habe ich überhaupt Platz für die? Natürlich nicht. Zum Verwenden im Innentar ausrüsten. Betäubt Gegner im Wirkungsbereich sicher. Kann zum Content Space verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Aber ihre Effektivität ist dadurch stark reduziert. Okay, und ich habe da auch Platz. Das ist das aber noch nicht ganz erkundet. Was hat der da? Was hat der da? Munition! Ach komm! Wirst mich jetzt nicht komplett verarschen, oder? Jetzt habe ich diese Blend-Granate umsonst genommen. Hätte ich das gewusst, dass da Munition liegt. Hätte ich dementsprechend vorher... ...die Munition genommen. Aber dann werfe ich die einfach jetzt da raus. Ja, cool. So, habe ich das jetzt komplett durchsucht? Yes! Sondern wirklich der Schießpool fahren wir hier. Genau, genau. Kombinationsschloss. Ich möchte aber gerne... ...nochmal in diesen einen Raum hoch. Irgendwo war da nämlich eine Statue. Und was zum Hewlen wäre jetzt auch ganz dufte. Was hat der? Der hat ein Messer! Ich habe mein Messer wieder! Oh Gott, hätte ich das früher gewusst, dass ich das Messer wieder nehmen kann. Wäre ich natürlich eher dran gegangen. Aber es nutzt sich natürlich ab. Wie viel habe ich jetzt? Neun Schuss. Frage ist, gehe ich jetzt nochmal in diesen Raum da rein? Es ist Gefahr, ne? Ja. Gefahr. Wir humpeln da... ...unser Leben. Aber der ist ja auch nicht gerade gut. Bibliothek ist hier. Noch ein Messer. Was haben wir hier? Wagenheber. Ja. Was ich mit dem Wagenheber machen kann, weiß ich jetzt auch immer noch nicht. Und da ist die Einhornstatue. Ah, war das kein Pferd? So ein Einhorn, okay. Die schlafen noch. Sehr erst... ...noch relativ finster. Wo ist das jetzt? Ah, bin ich blöd, das ist unten. Bin ich blöd? Tut mir leid. Ach komm. Ach komm. Ah. Warst du gerade beim Mäcki? Und deinen Freund hast du auch mitgebracht? Glaubst du, was gerade ist? Okay. Steht nicht drauf. Da wollte ich hin. Ja, wäre schön, wenn ich wüsste, was ich da eintragen sollte. Okay. Einhornstatue. Wir haben da Fische, Skorpion und ein Elefant, wie es ausschaut. Das heißt, das da. Das ist ein... Und... Oh, das ist ein Löw, bin ich dumm? Nö. Das da? Ja. Das ist ein Wahnsinn, kein Elefant. Ja, der kann nicht gut... Der kann nicht schön zeichnen. Einhornmedaillon. Schön. Hab keinen Platz. Boah, das fuckt mich so ab. Ja. Diese Flintenmunition. Muss ich weg, du? Ich hab nicht meine Flinte. Ich hab nicht meine Flinte. Keine Ahnung, woher ich Waffen bekomme. Was ist jetzt der vergifste Weg wieder raus? Wo komme ich hier eigentlich hin? Ah, zu. Schießpuffer. Brauche ich diesen Schlüssel jetzt noch? Das würde ich echt gerne wissen. Ich glaub aber nicht mehr. Ein abgenutzter Schlüssel. Ein pickförmiger Schlüssel. Wichtiges Objekt. Boah, diese Karte brauche ich auch noch. Dann. Ah. Gib halt das. Das kombinieren mit irgendwas natürlich nicht. Ja. Mir fällt das Messer weg. Mir fällt weg. Munition ist wichtiger. Und jetzt nach oben. Oder wir könnten... Keine Ahnung, was ich mit diesem Wagen hier wieder drüben soll. Oder kann ich das jetzt mit diesem Ventil irgendwie öffnen? Nein. Natürlich nicht. Mit dem da. Hab ich das jetzt komplett untersucht? Ja. Kampfmesser. Ja, wenn's scheiße lauft, kann ich mir da wieder ein Messer holen. Jetzt möchte ich auf jeden Fall noch die dritte Statue suchen. Gar kein Plan, wo die ist. Ähm. Ansonsten, ja. Okay. Es öffnet sich immer mehr. Geh mal zuerst in diesen Raum rein. Wie viel Munition habe ich denn? Zwei. Cool. Kann mir aber, wenn ich gut bin... Das da holen. Nein, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Ja. Sie sind tot. Sehr, sehr schön. I like it. Er ist mal gestorben. Krieg kann ich verkraften. Ich wollte das jetzt... Frage ist, wie weit sind wir Gefahr? Wir heilen nicht mal. Aber wir haben volle Munition. Und wir haben die Flinken. Ah. Wie weit hinten sind wir denn jetzt mit dem Spielstand? Ach komm. Ach komm. Ja komm, das mache ich jetzt auf Screen. Wir sehen uns gleich wieder. Was kann ich denn hier machen? Ich kann das verschieben. Okay. Und jetzt? Ist das so ein Rätsel? Eins. Zwei, drei. Vier. Ne, warte. Eins, zwei, drei, vier. Ja, passt. Und was ist hier jetzt? Oder muss ich... Was bringt mir das jetzt, wenn ich das verschiebe? Weiter geht, by the way, nicht. Ist hier was? Da ist was. Munition. Okay. Ich bin da mal früher drauf gekommen. Jetzt noch irgendein Heilkraut. Natürlich nicht, ne? Ja, ich bin tatsächlich ein zweites Mal gestorben. Ich gebe es ja zu. Weil ich halt immer noch in dieser Gefahr schwebe. Und da halt ein Hit reicht. Der andere wird jetzt nicht kommen oder was? Wo ist denn der andere? Ja. Verarsch mich halt. So. Was hatten wir wieder? Fitsche. Skorpion und diese Vase. Boah. Das merken. Das bin ich immer gut. Cool. Ähm. Kann ich ja gleich nachladen, oder? Sieben. Zwölf. Leck mich. Achso. Das ist nicht weg. Okay. Gut. Nochmal Glück gehabt. Dann ist diese dumme flinken Munition weg. Und dann hier schnell die Flucht ergreifen. So. Jetzt weniger gecuttet, aber. Ich speichere jetzt auch dafür. Damit mir das nicht nochmal passiert. Ich kann ja wenigstens komplett geheilt werden, oder? Ich weiß ja nicht einmal, wo ich jetzt. Irgendwas zum Heilen herbekomme. Kein Spray. Kein. Keine Kräuter. Absolut nichts. Nur irgendwelche Bilder von nackten Frauen. Sind zwar auch gut, ja. Aber. Ich bevorzuge jetzt anderes. Okay. Kombination, Kombination. Schließfach Terminal. Genau. Wir gehen jetzt erstmal da rein. Ich glaube, der soll sich jetzt ausgehen. Der Schließbuch fahre ich von Omitz. Ich bin jetzt zwar nicht mitgenommen. Von mir aus schaue ich nachher noch rauf. Ja, leg dich hin. Da ist sogar noch eine Tür. Okay. Hast du Munition dabei? Also. Hast du jetzt Munition bei dir dabei? Ja, die Digga. Wie viel tankst du denn? Bist du jetzt down? Ist aber trotzdem nichts. Diese Schießpulver nehme ich mal mit. Was ist hier jetzt noch? Wieder so ein Tresor. Wieder so ein Tresor. Also entweder ich bin zu blöd oder. Kann ich das wirklich noch nicht öffnen. Die sind wirklich robust. Sollte ich eigentlich schon sein? Weil die jetzt echt robust sind. Steht jetzt nochmal auf? Ne. Doch. Irgendwas ist mit dem. Steht dann nochmal auf. Ich fasse es nicht. War ich hier denn schon drin? Ah, okay. Tresor habe ich gesehen. Kombinationsschloss habe ich gesehen. Dunkelbecken. Inventarbox. Ah, das ist. Das ist ein Safe Room. Flinkenmonition. Ja, brauche ich das? Güteltasche. Nein, das ist nicht so ein Schließfach. Ach, komm. Da haben wir ja noch nichts, oder? Das ist nicht so. Da habe ich ja gerade irgendwas nehmen können, oder? Da hat man nichts. Hallo. Ach, komm. Wo kann man denn ungestört mal hingehen? Da kann ich nicht rein. Ich komme euch denn jetzt wieder zurück? Da ist sie jemand. Ich möchte jetzt noch nicht unbedingt Munition verbrauchen. Habe ich nicht gerade viel. Ich muss halt jetzt einfach mal die letzte Statue suchen. Aber es ist doch nicht diese Kaiserstatue. Ne, es muss nicht so eine Löwenstatue sein. Explosivbarrikade. Ja, wir haben heute auch viel noch nicht erkundet, wirklich, ne? Ja, gut. Ich hätte gesagt, wir machen das im nächsten Part, oder? Wir haben ein bisschen was geschafft, ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn wir im nächsten Part auch noch überleben, beziehungsweise wieder sterben wie heute. Finden wir es heraus. Wir sehen uns. Like da lasst, was euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ja, Leon. Dir geht es nicht gut, ne? Ich weiß. Bis zum nächsten Mal. �